So, Päuschen rum. Letzte Stunde für mich heute ist angebrochen. Ähm, ich wollte hier draußen noch ein bisschen Platz schaffen. So. So kann man auch Bäume abholzen, farmen. Und ich muss mich trotzdem hochstecken. Och, und nochmal. Und noch mehr. Oh, jetzt habe ich dieses hessische Holz gemacht. Egal, die fliegen dann weg. Jetzt wäre Weinmeiner tatsächlich richtig geil auf der Axt. Gucken, vielleicht kriegt die Verzauberung dann drauf. Das dauert ewig. Ich will die Weinmeiner Verzauberung auf der Axt haben. Äh, die können weg. Sticks haben wir noch. Guck mal her. Ähm, hier. Ich brauche noch Lapis. Das ist ja jetzt gleich oben alles bunkern tatsächlich. Genauso wie die Bücher. Äh, so. Äh, so. Das da. Ach, nee. Die hat ja auch noch nix drauf. Da machen wir jetzt einmal so. Jetzt kriege ich hier Efficiency 2. Willst du mich verarschen? Äh. Äh. Sharpness und Fortune. Nee. Dann machen wir mal den 0815 Trick hier. Okay. Ah. Sehr schön. Puck Touring. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich aber interessant an. Das bleibt auf Piercing tatsächlich gerade. Efficiency 1 nochmal. Projektil Protection. Ja komm, dann machen wir jetzt Piercing. Und jetzt haben wir nix mehr. Ähm, Power. Gut. Nee, die muss bleiben. Äh. Efficiency 1 Unbreaking. Blast Protection Unbreaking. Brauche ich wieder XP dazu. Dü, dü. Und, ja. XP, genau. Da ist mein Eisen drinnen gelandet. Warum? Warum sind die Eimer da drinnen? Die gehören da gar nicht rein. Äh. Ach, die Bücher kommen eigentlich oben rein. Egal jetzt. Äh. Hier sind noch Bücher drinnen. Okay. Okay. Das kostet 3, das kostet 3, das kostet 3. Das heißt 6 Level. Zombies. Society. Ja. Kommt mal her. Nein. Ach du Scheiß. Warum spawnen die hier so häufig? Die dicken Dinger. Ach. Und auch noch so ein Kläner. Och nö. Jetzt kommen die alle hier her. Och nö. Ach kommt. Die kommen immer noch. Und. Oh. Alter. Fünf Level? Hat der Schaufel in der Hand? Nee, in der Axt. Haben wir sechs Level? Ich bin der Meinung, ich hätte aber noch ein bisschen mehr brauchen, oder? Werd ich noch mehr brauchen? Ich glaub schon. Und da ich allein auf dem Zauber bin, kann ich noch ein bisschen hindaddeln und gucken. Hey, du hast gott keine Ahnung mehr. Gibt's keine Kiste? Wow. Wow. Oh, wieder Standbild. Äh, da gibt's auch nix interessantes drinne. Ich weiß, dass ihr mich anknabbern wollt. Fällt mir ganz geschmeidig aus. Ah, meine Rüstung ist auch fast, Bro. Das ist nicht schön. Wert. Oh, um, ja. okay ach ging das nicht nur mit einer goldenen karotte war da nicht irgendwas dann kann ich das da oben klatschen wieder läder schön Also ich hab die Level fast locker zusammen. Na seid ihr gefangen? Oh. Das ist noch ne Kiste. Und nix davon brauch ich. Ich muss mal ganz kurz gucken, war ich hier hinten schon? Ne. Und ich blute, ich zieh ne fette Blutlache hinter mir her. Loll. Kiste. Dias. Yeah. So kann es jetzt weiter gehen. Ich hab die Kiste da drinnen gesehen. Guck mal, wenn ich am einfachsten da hinkomme. Du bist gefangen? Du bist gefangen, sehr schön. Du bist gefangen. Du bist gefangen. Du bist gefangen. Und ich hab das mitgebracht. Oh Mann, Mann, Mann. So. Ja. Sieht schonmal sehr nice aus. da war keine kiste hier auch nicht und hier auch nicht und hier fallen die mobs von oben runter schön die kiste da kommt risk no funnier Alter, wie die um die Ecke geschlichen kommen. Oh. Danke. Keine mehr, keine mehr. So. Boah, aber hier sieht's geil aus. Und da oben, das muss ich mir jetzt angucken. Vorher nutze ich noch in das Haustier rein. Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Oh, komm. Nein, keine Kiste. Boah, das sieht ja mal geil aus. Oh, da oben könnte man richtig geil bauen. Oh, was bist du denn? Ein Hummer. Du warst ein Hummer. Du warst ein Hummer. Du, 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 du. So, ähm. Ach, shit. Ich brauche Silk Touch dazu. Oh, fuck. Ohne Silk Touch geht das nicht. Ach, hier war Darko. Ah. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind. Ich will Darko jetzt nicht das Zeug klauen. Äh, so. Wir farmen uns ganz kurz noch ein bisschen Sand und Stein. Räuchern die Viecher aus. Beziehungsweise stellen Glasflaschen her und haben die Quest erledigt. Bevor wir uns die selber holen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sechzehn Glas, das passt. Das passt alles. So. Das da hin. Das. Die zwei Cola haben wir auch. Äh, tropfen tut es tatsächlich noch nicht. Aber dort. Aber dort. operiert operiert repariert eisen habe ich dabei habe ich dabei aber das einmal so ich habe keinen platz mit und das braucht man dann für ihr wisst schon genau dafür nein für die waben jetzt habe ich es das dahin dass dahin das machen wir so das sind das die einzigen die er hier markiert hat scheint so ok ja hat das eigentlich gewertet die hat gewertet aber die andere anscheinend nicht eine rare delikatesse gucken ja das haben wir ja jetzt hier habe ich doch okay das hat auch nicht gewertet seltsam naja ist er nicht so wild wir wissen wo daco seine bielchen versteckt hat naja was ist das denn das sind wieder zieht ne da ist keine kiste drinne die trauen sich was hier war anscheinend wieder so ein season wechsel ich weiß nicht was das zu bedeuten hat auch keine kiste auch keine kiste ja schön den name tag nehmen wir mit erschrecken die mich einfach hier was ist hier für eine party die 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 Oh, mich verfolgt schon wieder so ein Zwerg. Oh Gott. Nee, okay. Äh, nein, nein, scheiße, ich habe vergessen, dass ich hier zugebaut habe. Shit. Oh, hier sind immer nur diese fetten Viecher. Okay, ähm, Dell, Home, Home. Set, Home, Home. So. Ähm, Erze kommen da rein. Dieser komische Hammer raus damit erst einmal. Den brauche ich halt überhaupt nicht. Äh, da rein. Das da rein. Die erste mal, die brauche ich. Genau, dafür war ich halt zu farm. Ähm, Efficiency 1, Fortune, nee, Fortune 2, Efficiency. Genau, das, das, das. Efficiency 3. Unbreaking Efficiency. Machen wir da drauf. Äh, Efficiency 1. Hier haben wir Efficiency 3 drauf. Hier. So. Das da hinten. Das erste mal alles hier rein. Das ist Essen. Das kochen wir später. Der Hammer kann weg. Ähm, das so, das so, das so, das dahin und das auch. Gut. Ähm. Erledigt. Tame a Grizzly Bear. Ja. Genau. Wär mal irgendwann machen. Irgendwann. Äh, Windmill. Aha. Uncancasing. Reinforce it. Äh. So, äh. Server ist, Server sind alle abgeschmiert. Ich komme heute echt nicht mehr zum Zocken, wie dem auch sei. Ich bin komplett raus für heute und wünsche dir noch einen schönen Rest. Ja, dir auch schönen Abend noch, Darko. Äh, wo war denn jetzt, äh. Das soll da nicht rein. Hier, das, 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 das. Wo ist denn das schwarze Zeug? Okay. Ähm. Da. Da. Ich brauche erst mal Kisten. Kisten. Hört sich komisch an, aber es geht nicht an. Ich habe hier kein ordentliches System drin, äh. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm. Ähm. So. Okay. Mob-Loot. Ähm. Was ist noch Mob-Loot? Die brauche ich. Da habe ich zu viel hergestellt. Ach, das sind ja Bullets. Wo ist denn das andere Zeug? Advanced Bullet Shell? Hä? Aber das ist noch Mob-Loot? Das ist Mob-Loot. Das ist Mob-Loot. Wo ist denn das andere Zeug? Aber das ist noch Mob-Loot? Das ist Mob-Loot. Hä? Hier sind die Chefs. Ne. Das ist doch... Doch von Crate. Genau. Richtig. Äh. Das Mob-Loot. Das Mob-Loot. Das ist Mob-Loot. Das kann man aber essen. Das kommt da rein. Äh. So. Mob-Loot hier unten. So. Munitions-Teile. Äh. Das kommt auch noch zum Mob-Loot. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Äh. Munitions-Dinger. Da. Hier noch was. Da noch was. Da noch was. Difficulty 5. Okay. So. So. Das kommt alles da rein. Äh. Dann kommt das alles erst mal da rein. Und hier haben wir noch mehr Mob-Loot. Sehe ich gerade. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü- Art. Das ist Mob Loot. Das ist auch noch Mob Loot. Meine Güte. Ja. Blöcke jeglicher Art kommen da runter. So. Mob Loot. Das ist Mob Loot. So. Pflanzenzeug. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. Das, 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 das. Kommt alles hier rein. Hier haben wir noch Blöcke. Da nicht mehr, da nicht mehr, da auch nicht mehr. So, dann machen wir die Mauer auch dort rein. Da oben machen wir Waffen und Werkzeuge rein am besten. Da habe ich gerade noch Mob Loot gesehen. Das, 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 das. Hier haben wir noch Rüstung fürs Pferd. Das und das. Die Rüstung kommt dort hin. So, das kommt alles hier rein. Genau. Das alles raus. Das einmal alles raus. Bücher, kommen oben rein. Da hin. So, da wir aber hier. Ja. Genügend Platz haben. So. 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 Die ist leer. Da ist Essen. Da sind Erze. Gut. Ähm. Die Barrels. 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 Die Leer, Erz und so weiter. Das hier. Okay. Oben können wir die scheiß Todesmeldung alle reinballern. Essen kommt jetzt alles hier rüber. Genau. Darunter zählt jetzt leider Gottes auch das. Und ansonsten habe ich schon wieder irgendwas rausgeschmissen, was nicht sein darf. Das dahin. Das und das dahin. Das dahin. Und hier machen wir den Quark alles erste Mal rein. Und das da mit hin. Hört das bestimmt bei den Bullets wieder mit reingeschmissen, sage ich ja. Ach, eik, eik, eik. So. Machen wir erstmal eine schöne Kistenordnung. Das hier ist noch Mob-Loot. Roherze machen wir da hin. Münzen und Münzsäcke machen wir hier rein. Äh, eik. genau das da rein, das kommt da mit rein, die kommt da mit rein, so haben wir schon mal eine kleine ordentliche ordnung und jetzt muss ich mal testen wie sich das hier antappt mit der mod ok so, lass mich hoch kann man doch hier so eine Art kleinen Wasserfall bauen. Nein, nicht ich. Okay. Na komm, ich expandiere ja sowieso nach dort, da könnte ich doch rein theoretisch mit Dreck mit dort einen kleinen Wasserfall bauen, wo ich die Dinger anbaue, das tut mir leid. Mal das so machen, das hier so, ein bisschen Terraform hier. Oh meine Güte, was ist denn hier los? Ich habe eigentlich alles hier, um das zu testen, außer die Blöcke. Wo sind die hin? Ähm. Hä? Da sind sie. Da sind sie, da sind sie. Ähm. So, die Wasserräder würde ich jetzt tatsächlich gerne einmal hier hinsetzen. So. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass das so geht, wie ich mir das gerade vorstelle. Da. 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 Den. Was? was war das denn wasserrad sie drehen sich auf jeden fall das ganze terraform und so weiter damit definitiv offscreen machen das ist jetzt hier für nix so hammer dass das das windmel die kommt dann oben drauf aber wie aber wie buttons äh was für buttons holzbuttons ok ähm und so ein underside stein den haben wir hier acht stück hammer und jetzt äh ich glaub nämlich nicht dass die teile dafür sind und jetzt yep das war klar ok äh dann können die hier weg die einmal hab ich noch schön schön äh das kann weg die können weg das soll alles schnieker aussehen so tief genug ist es das passt auch soweit ach ich liebe es zu terraform so so äh machen das so und so so difficulty 6 wo ich aufpassen da hinten daddelt schon ein mob rum äh genau stopp wir machen das mal dreiebreit wow dann können wir die wasserräder nämlich tatsächlich warum das hier auch teilweise so äh warum das hier auch teilweise so äh äh und wir machen einfach mal ein zahnrad dahin so kann man das hier auch nämlich wieder weg machen so genau so ach da hat schon die Hand weh ähm dann 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 äh äh okay das kann ich alles nicht anklicken ich weiß nicht warum millstone den werden wir auch gleich noch bauen ähm millstone polierter underside oder Diorit oder was das ist Diorit genau hammer warte mal warte mal davon habe ich doch so ein Teil da das 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 hammer auch power windmill jo place and power das Teil ja ich habe es nicht mal bepowert aber ich habe die quest completed nice wie schließt man da was an ach ach moment mal ach ähm handcracker nein ich hätte die würde die dinger gerne anders bauen dass die halt nicht die ganze zeit so sind sondern auch mal hochkant warum ich das auch gerade alles hier drinnen mache ich weiß es nicht ja das geht so nämlich nicht ne maschinen kiste habe ich noch nicht ne dann machen wir die roherze da mit rein und hier kommt dann das ganze maschinen zeug rein ich muss halt jetzt tatsächlich erst einmal gucken das kommt da hinten ran ok 1 2 3 4 ok ich weiß gar nicht ist das connected oder nicht ich glaube nicht aber es ist damit connected aber wie connected man sowas das geht ja so gar nicht wie connected man sowas ich sehe auch hier tatsächlich gerade nichts ich sehe auch hier tatsächlich gerade nichts die mod alles klar ja gut flywheel ok wie lässt man die dinger miteinander connecten da muss es irgendeinen trick bei geben ja gut aber ich werde jetzt den stream hier beenden offscreen mache ich definitiv terraforming und alles ansonsten auch auf youtube sage ich bis zum nächsten mal und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten stream so stream rockstar dance until i drop my love is just hard if my home is the club my stage is the dance your party never stops all up